Bin ich irgendwie, bin ich zu mir gekommen nach ein paar Sekunden oder nach einer halben Minute und hab so Stangen gesehen und ein paar Schmerzen gehabt. Dann sind wir ein paar Schmerzen wieder rausgekrochen irgendwie und bin wieder hinter der Bühne gegangen. Den Jungs, was machst du hier noch? Jetzt geh doch mal raus! Und ich eben nach drei Minuten wieder so auf die Bühne, hä 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 hä. Wieder reingefallen, nee nee, nur Spaß. Dann hat er's gemacht. Ich meine, wahrscheinlich ist es eher situationskomik, aber es war auf jeden Fall toll, als wir auf die Bühne geguckt haben, gewartet haben, bis Miller seine Platten spielt und er auf einmal uns wieder von hinten auf die Schulter getippt hat. Sowas Tolles. Passiert nie wieder. Erlebt man nur auf der Bühne. Bühne.